Willkommen bei Multilift. Hier sehen Sie, wie einfach es ist, mit einem Lift-System, das sowohl im Haus als auch im Fahrzeug verwendet werden kann, man eine Person aus dem Rollstuhl einfach im Fahrzeug bringen kann. Die Schlaufe einfach hinter dem Bücken und unter den Beinen durchziehen. Und anschließend am Multilift festigen. Das Lift-System hebt 125 Kilo. Es kann in allen Fahrzeugen verwendet werden. Sowohl an der A- als auch an der B-Säule kann es montiert werden und hebt die Person entweder auf den vorderen Sitz oder bei der Montage an der B-Säule auf einen der hinteren Sitzern. Das gleiche System kann für den Transfer auch im Haus verwendet werden. Unterschiedliche Halter für die Boden- oder Wandmontage sind erhältlich. Sie sehen, so einfach ist es, eine Person aus dem Rollstuhl in ein Fahrzeug zu nehmen. Ohne körperlichen Einsatz, ohne körperliche Belastung. Nun wird der Multilift entfernt. Der schwerste Teil wiegt 11 Kilo. In diesem Fall der Multilift kann irgendwo im Haus verwendet werden. Um mehr Unabhängigkeit zu erreichen, gibt es für den Multilift auch ein eigenes Fahrgestell, das Sie unter Easy Base hier auch finden. Külmendanquen berührend ist eine große Motive auf der Kürnereise. Das ist das schon für die Arbeit, als Sie unter saying.